Was geht Leute? Willkommen zum finalen Chapter vom Bluelore Kapitel 238 zwischen dem Match Bastard München gegen Ubers. Hier wird alles entschieden in diesem Chapter. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da. Lasst uns die 100 Abonnenten knacken und jetzt fangen wir direkt mit der Review an. Nachdem Hiuri den Ball erhalten hat, denkt Nico über seine nächsten Schritte nach. Nico sagt, seine Bewegung hat sich beschleunigt. Ich kann es nicht mit einem 1 gegen 1 aufhalten. Ich werde zumindest Hiuri-Kuns Angriff verlangsamen. Währenddessen markiert Ario Isagi geschickt, um sicherzustellen, dass er nicht frei zum Passen kommt. Ario und seinen Gedanken im Einklang mit dieser Bewegung bekam Isagi-Kun ein Pass. Ich lasse ihn nicht frei. Aiko, der direkt hinter Ario ist, beobachtet genau wie Kaisa von Isagis rechter Seite auf ihn zustürmt. Aiko und seinen Gedanken. Ich werde die Lücke in dieser Bewegung nutzen. Er ließ die Flugbahn von Isagis und Hiuris Pass. Er ist entschlossen, den Endstand zu verhindern. Ich werde dich nicht aus den Augen lassen, Kaisa. Das sind Aikos Worte. Ario geht davon aus, dass Hiuri ein Pass machen wird, während Aiko denkt, dass Hiuri vielleicht täuschen oder sogar selbst schießen möchte. In einem überraschenden Zug versucht Hiuri zu schießen, führt jedoch am Ende eine Finte aus, nachdem er bemerkt hat, dass Lorenzo versucht, ihm den Ball zu stehlen. Mit geschicktem Timing läuft Hiuri den Ball über Lorenzo hinweg. Doch plötzlich taucht Baro aus dem Nichts auf und verkündet selbstbewusst, Isagis Hund wird doch nicht überstehen. Ich habe alles durchschaut. Wenn du Isagi nicht findest, kannst du nichts. In diesem Moment sagt Hiuri eiskalt. Bist du hier Egoist? Die anderen Spieler suchen verzweifelt nach Isagi. Ubas ist verzweifelt, doch niemand kann Isagi finden. Hiuri spielt dann ein Pass nach links, wo unser Egoist sich befindet. Isagi nimmt den Ball per Volley an und schießt direkt auf das Tor und macht damit das 3 zu 2 für Bastard München. Und damit gewinnt Bastard München das Spiel gegen Ubas. Im nächsten Match treffen wir auf PXG. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Euer Sotjan Fong.